Ja, wobei, also das sieht jetzt schon schön aus, aber wir können es leider immer noch nicht blueprinten und copy-pasten, denn das hier sind Primary Engines, die müssen alle zu Secondary gemacht werden. Sollte ich aber erst machen, wenn das mit den Solaranlagen, soweit alles funktioniert. Das prüfe ich lieber nochmal, weil hier arbeitet nichts. Also, wir wollen Primary Solar Panels, MK2, dafür brauchen wir Solar Panels. Du stellst hier Solar Panels, du hast aber keine Ressourcen? Ach nee, du hast die Solar Panels da drin. Sie werden nicht hier reingelegt, weil ihr voll seid, okay. So, da kommst du hin. Du hast hier auch noch Secondary Sachen drin, die sollen raus. Und du sollst keine Secondary bekommen, sondern Solar Panels. Jetzt müsste nur weiter kommen und das dahin tun, okay. Ja, das war schon mal nicht schön. Jetzt weiterarbeiten. Kriege ich dann die richtigen geliefert? Ja, kriege ich. Ich kriege Primary Solar Panels, MK2 geliefert. Was mache ich jetzt mit den ganzen Secondaries? Also, ja, ich könnte sie aufstellen, aber nur sie aufstellen, um sie später wieder abzureißen, ist ärgerlich. Also, tue ich sie mal einfach hier rein. Secondary, 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 Secondary. Die Primary MK1 sollte ich in die Maschine packen, damit es schneller geht. Na du, da. Bitteschön. Warum arbeitest du jetzt wieder nicht? Oh, keine roten Chips. Ähm, das heißt, ich habe hier wieder irgendwas abgeklemmt gehabt wegen Strom. Genau. Wobei einer von euch arbeitet, aber der grün nicht. Genau. Grün habe ich abgeklemmt gehabt. Jetzt werden grüne hergestellt, dadurch können mehr rote hergestellt werden. Das da oben schmeiße ich auch nochmal an. Und einen roten auch noch. Den dritten roten lasse ich erstmal aus. Blau ist angestellt, aber hat halt wahrscheinlich nicht genug grüne Chips und dergleichen bekommen. So, mach mal. Gott, Strom ist noch in Ordnung, wird aber immer wieder Probleme machen. Die Anlage hier. Ist immer noch falsch, weil sie Secondary ist. Habe ich schon genug Primaries? Ich brauche 16 Primaries und die Akkus und die Substations. Den kann ich daraus ein Blueprint machen. Was bist du für ein Blueprint? Du bist einfach leer, hm? Ja, sehr gut. Dich nehmen wir gleich. Hier sammeln sich auch wieder Leichen. Das ist nicht gut. Also mir fällt gerade auf, dass noch sehr viele lose Enten da sind. Und sehr viele Sachen, die nicht ganz so laufen, wie sie laufen sollten. Zum Beispiel das mit den... Wo sind sie? Die Sniper-Türme. Das würde ich ganz gerne einmal in Aktionen beobachten. Mache ich denn am besten hier, ne? Ja. Ein Sniper-Turm. Dahin. Kiste dahin. Du. Dahin. Du kriegst bitte... Das da. Also ich würde gerne sehen, wie der Sniper-Turm 1 bitte anlockt. Dafür habe ich jetzt hier schon an mehreren Stellen Sniper-Türme verteilt. Und das sah bisher auch immer so aus, wenn es funktioniert. Weil wir nicht die Anzeige bekommen haben, dass ein Turm vernichtet wird und keiner schießt. Außer, dass wir es jetzt gerade haben. Oh, sehr schön. Da hinten. Das heißt, ich setze jetzt hier auch ganz schnell in den Sniper-Turm. Da. Turm hin. Du bekommst eine Giste. Du bekommst ein Ärmchen. Du bekommst Sniper-Muni. Also. Also jetzt habe ich ihn angelaunt. Ach, Mist. Ich habe mein eigenes Experiment zerstört. Ich schande. Ja. Also das würde ich gerne testen. Ob ich jetzt wirklich überall die Sniper-Türme hinsetze. Ob sie sie anlocken oder nicht. Das würde ich sehen. Dann hätte ich gerne den Blueprint von der richtigen Solaranlage. Und dann hätte ich eigentlich ganz gerne mehr Platz. Weil es fühlt sich alles irgendwie immer, immer enger an. Es mag daran liegen, dass wir halt so dermaßen viele Anlagen haben. Also wie hier die Fabrikanlage zum Beispiel. Die ist ja doch inzwischen ganz schön gewachsen. Die können wir noch ein wenig erweitern. Aber irgendwann ist auch Schluss. Du kannst weg. Du kannst weg. Irgendwann ist Schluss. Die hier müssen auch weg. Die müssen wir setzen durch andere Rohre. Spätestens hier. Frage ist auch. Bis wohin wollen wir diese Reihe weiter mit den Akkus? Die besseren Akkus waren schweineteuer. Ja. Bei mir sieht das irgendwie zu viele aus. Aber es geht halt nicht anders. Wenn wir das nur mit dem Muster hier machen, das haut nicht hin. Ich suche jetzt nach Dingen, die ich abreißen kann. Also was ich abreißen soll. Oh, die... Ah, die Alien-Leichen-Dinger kann ich hier unten mit reinpacken. Dann sind sie schon mal da weg. Die Lava-Geschichte. Das benutzen wir nicht. Und das ist so eine Box der Pandora, die ich nicht anfassen möchte. Die Lava-Generation für das Tungsten. Ich denke, ich mache das anders. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich alle Zwischenstufen mit extra Tanks mache. So, und ich mache das nur so weit. Also hier geht es jetzt hier auf von 1600 auf 1800. Dann kommt gleich kein Tank hin, sondern einfach direkt weiter Erhitzung von 2000 auf 2200, 2200 auf 2400 und so weiter, bis wir bei der Tungsten Hitze ankommen. Aber hier ist doof. Die ganzen Kisten sind im Weg. Die Edelsteingeschichte nimmt viel, viel, viel zu viel Platz weg. Könnte ich aber nicht wirklich kompakter machen. Oder? Ah, das ist jetzt gleich wieder dunkel. Ähm, nee. Kann es nicht kompakter machen. Also ich kann es nicht einfach wieder unten in den Maschinenpark so schön aneinander rein, weil die halt invisible Hitboxes haben. Wo denn komische Sachen rein und raus gelegt werden. Außerdem brauchen wir pro Edelstein-Art ein so ein Ding. Nee, der Block bleibt so, wie er ist. Die Anlage... Achso, warte mal. Stopp. Hört auf damit. Ich will jetzt kein Knochen mehr mehr haben, weil wir brauchen die Knochen für die War Science Packs. Das könnte ich verlängern. Habe ich irgendwo nicht im Weg Lavaquellen. Das ist so wirklich... Äh, die hier könnten weg, wenn ich das da unten erweitere. Ich bin nämlich so ein bisschen unzufrieden mit der Optik der Basis. Also es ist kein schöner, sauberer Würfel oder auch nur irgendwas ansatzweise Nettes. Es ist ein Klumpen etwas, das funktioniert und das war's. Pio, 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 pio. Aber ja, ist halt so. Denn in zwei Wochen kommt die neueste Ditec-Version raus und das wird wieder so ein Riesensprung nach vorn werden. Dementsprechend wahrscheinlich nicht Savegame-kompatibel. Das heißt, ihr solltet jetzt dran arbeiten, diese Ditec-Version auszureizen. Also die Power Armor MK3 zu bauen, die höheren Forschungssachen zu erforschen und dann quasi den Inhalt von dem Mod, wie er jetzt ist, abzuschließen. Und dann in drei oder vier Wochen, wann auch immer das jetzt genau kommen soll, dann mit einer neuen Staffel starten. Wo dann halt alle neuen Ditec 2.0 Sachen mit drin sind. Aber da habe ich noch viel zu tun, denke ich. Ja, definitiv. Wie viele Solar Panels habe ich inzwischen? Ein paar, okay. Das heißt, ich optimiere jetzt mal ein Blueprint für die Solaranlagen. Also wir reißen die halt aus. Savegame-Nacht, perfekt Timing. So, ihr seid doch wirklich Primary, ja seid ihr. Ich lunge auch so ein bisschen so drauf, dass jetzt hier endlich jemand angreift wegen dem Sniper. Ah, kein Spucker dabei. Nein, ich sehe kein Spucker. Mist. Das wäre nämlich echt schick, das zu wissen. Du. So, das Ding müsste jetzt perfekt sein. Warum blinkst du da unten so komisch blau? 16 davon, 24 davon kommt auch hin. Und 4 Substations. Ja, das hätte ich gerne. So. Dann. Also ich könnte es jetzt schon abreißen, aber wenn ich es jetzt schon abreiße, haben wir nicht genug Ressourcen, um das neu zu bauen. Das ist schade. Apropos Ressourcen für Neubauen und Blueprints. Bau mir bitte Secondary Steam Engines. So. Damit sollten wir recht frühzeitig anfangen, damit wir genug haben später, um auch das Ding zu copy-pasten. Äh, töten. Ne, ich habe nicht genug Monie. Schade. Britzel, 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 Britzel. Das heißt, ich kümmere mich jetzt weiter darum, zu gucken, ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Die Fehler bugle ich dann aus. Seifel Kupfer und Eisen. Haben wir da genug? Eisen wird knapp. Okay. Dreh, 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 dreh. Dreh, dreh, dreh. Äh, Kupfer haben wir 11.000. Das sollte erstmal reichen. Äh, Chips. Wir haben ein paar grüne Chips. Ich sehe keine roten, keine blauen. Das ist nicht gut. Das heißt, rote werden auch angedreht. Grüne werden in beiden Fabriken schnell produziert. Aber da hinten sind noch keine super schnellen Ärmchen. So. Geht jetzt nochmal einen ticken Schuh. Britzel, Britzel. Ich dachte schon, jetzt wegen den Ärmchen und noch schnelleren Chipfabriken fängt an, der Akku leer zu werden. Das wäre nicht so schön. Aber gucken wir mal hier kurz drauf. Also, grüne Chips werden... mehr. Rot und blaue Chips tauchen trotzdem allerdings noch nicht auf. Das ist schade. Lila Chips haben wir noch 114. Ja, da sollte ich eigentlich auch hingucken, wie das mit den gegossenen Chips aussieht. Weil ich denke, ich werde bald mehr Gießanlagen brauchen für die Lila Chips. Grüne Chips werden immer immer mehr. Rot und blaue Chips tauchen immer noch nicht auf. Krass. Aber gut, wahrscheinlich müssen wieder irgendwo Kisten gefüllt werden. Nein, das ist mir okay. Du. Du siehst fleißig. Aber die Dinger brauchten wir noch nicht direkt. Die brauchten wir erst, wenn wir die Advanced Science Packs haben. Die Advanced Science Packs kriegen wir erst, wenn wir die Brighter Science Packs gebaut haben. Ja, 100 Stück haben wir schon gleich. Äh, T. Advanced Science Packs. Können wir erst davor schon, wenn wir die Brighter Science Packs haben. Okay, das sollte ich jetzt nochmal machen. Also ein so ein Ding hier. Erstmal brauchen wir das in Lila. Abbrechen. Wir brauchen das da. Sonst ist das viel zu langsam. Dann brauchen wir Ärmchen rein, Ärmchen raus. Dann brauchen wir Kisten. Und Kisten. Und was brauchten wir dafür überhaupt? Äh, weiter Science Packs. Alien Artefakt, Knochen und Schettin. Ja. Also Knochen und Schettin, kein Problem. Das kannst du dir gerne jederzeit aus dem System nehmen. Aber Alien Artefakte, das, äh, ne. Die fütter ich dann schön von Hand rein. So, und dich beschränken wir auch. Und du kriegst mal... Weil Produktivitätsmodule funktionieren. Das heißt, du brauchst 100 Alien Artefakte, um 100 Tränke herzustellen. Und 100 ist eine gute Zahl für Forschung, denke ich. So. Mach mal. Schneller. Das heißt, davon kriegen wir jetzt 100 Stück. Äh, um die Advanced Science Packs zu erforschen. Brauchen wir den Biter Science Pack mal 100. Ja. Sehr schön. Genau. Das heißt, sobald die Alien Arte... Wo ist die bessere Fabrik? Sobald die Alien Artefakte zu den Biter Science Packs durchtransmutiert wurden, dann können wir auch die Advanced Science Packs erforschen. Problem bei den Advanced Science Packs? Sie brauchen Diamanten. Das ist schon happig. Ich muss gleich mal gucken, welche Form vom Mutant... Oh. Oh, das funktioniert nicht. Er ist ruhig, sollte nicht zu nahe rangehen. Also der Sniper-Turm schießt. Der Elder Kingsplitter kriegt Schaden, aber viel zu wenig. Wir verballern also richtig teure Munition und haben fast keinen Effekt davon. Und der wird nicht ran gelockt. Okay. Weg mit dem Ding. Weg, weg, weg. Und jeden weiteren, den ich davon sehe, kommt auch weg. Der funktioniert also nicht. Äh... Weg. Weg. Crunch, crunch. Ich werde den wahrscheinlich jetzt anlocken. Oder auch nicht. Mach mal. Ist schon okay. Okay. Irgendwann wirst du ungeduldig, gehst in den Iran und stirbst. Äh... Produktivitätsmodule stand auch noch auf dem Plan. Ich weiß nicht, ob ich die alle schon angeschlossen habe. Hatte ich ja vor vier Folgen oder so vorgehabt. Äh... Das ist falsch. Was? Weg damit. Keine Speed-Module 4, sondern... Produktivitätsmodule 4. Dich haben wir noch gar nicht eingestellt. Oh, peinlich, peinlich. Du brauchst... Fünfer und blau. Blaue Chips ist gerade nicht so gut. Aber wir gucken mal, ob wir das irgendwie hinbekommen später. Weil ich hätte echt ganz gerne die... 7er Produktivitätsmodule, um die Forschung wieder anzuschmeißen. Und du brauchst... Autsch... Ja. Du brauchst 6er lila und blau. Blau... 6er... Und lila... 10 lila... 20 blauen... Davon 5... Kisten sind alle beschränkt? Ja. Du bist erstmal aus. 7er Module reichen uns. So. Du arbeitest schon. Arbeite schneller. Du arbeitest auch schnell. Achso. Das sind noch 3er Maschinen hier. Och. Oh. Da haben wir mal ein paar. So. Angriffe rechts und links. Strom ist aber... Oh. Strom ist nicht mehr ganz so okay. Aber es ist auch Ende der Nacht. Jetzt am Tag müsste das wieder besser werden. Und wie viele Primary Panels habe ich? Das sind Secondary. Secondary sollte ich... Immer schön ausmisten. Die Secondaries habe ich aufgehoben, als ich das da abgerissen hatte. Secondary weg. Warum kriege ich Primary MK1 Panels? Die gehören noch da hinten in die Maschine. Da rein. Zack. Und hier arbeite ich schneller. Mach schneller Zeug und so. Genau. Du. Mehr Speed. Okay. Secondary nehme ich mal hier raus. Damit die auch da im System nicht auftauchen. So. Nur hier hinten. So. Secondary. Secondary. Da sind die Primaries. Primaries. Okay. Ich hätte jetzt gerne keine Primaries mehr. Und tu meine Primaries da rein. Damit das System Primaries hat, um das Blueprint zu setzen. Die Akkus hat es schon. Wir haben aber allerdings noch keine Fabrik für Substations. Die sollte ich bauen. Damit auch immer Substations vorrätig sind. Um das da halt aufzustehen. Hier unten war frei, oder?